Ihr wollt zusammen ein Haus? Und wie genau wisst ihr, was ihr bauen wollt? Wie genau wisst ihr, was er sich vorstellt? Wie genau wisst ihr, was sie sich vorstellt? Ich frage manchmal Paare, wenn wir zusammen planen. Sagt mal, baut ihr dasselbe Haus? Die 36 Fragen, wenn die Liebe baut, ist ein Spiel für zwei. Am Ende könnt ihr sicher sein, dass ihr an alles gedacht habt, was ganz oft nicht bedacht wird. Vorbild sind die 36 Fragen zum Verlieben. Nach einer berühmten amerikanischen Studie. Es hilft viele Fehler und Missverständnisse zu vermeiden, wenn man miteinander spricht, was man sich wünscht und will. Wie gut, wenn sich zwei in ein und dasselbe Haus verlieben. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem 36 Fragen Spiel für ein Date mit eurem Haus.